Jo, hi Leute, jetzt geht's weiter mit dem nächsten Part, das ist bei Battleform, die Kampagne. Und ja, wir sind jetzt hier beim, ich glaub, das war jetzt der dritte Teil, und wir reisen zum Planeten-Gemüschung. Unsere Fronteinheit wird von irgendwelchen Kreaturen angegriffen. Nichts wie hin und geben sie Unterstützung. Ja. Was ist das für ein Ding? Okay, das klingt schon mal richtig geil. Ah, Eccles, da sind auch die aus der... Oh mein Gott, sie sind alle tot! Dieser ATTE ist außer Betrieb. Bewegung im Norden! Sie kommen. Löschen Sie diese Kreaturen aus, ehe Sie unsere Einheit in Stücke reißen. Ja, okay. Na, hier. Genau, diesmal hat der Gegente, die Gegente. Ähm... So schwer hat er jetzt nicht, ich mein, nicht so. Ja gut, er hat ja auch gar nicht mehr. Das ist auch gut, ich komme nicht mehr. Diese Dinger sind widerstandsfähig. Noch zwei weitere. Ja, okay. Ja, okay. Noch einer. Und ähm... Und dann haben wir das jetzt schon. Ja. Ja. Ja, okay. Ja, okay. Ja, ich bin kein gelaufen. Verdammt. Ja, okay. Laufen, 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 laufen. Ja... KOS-Einheiten unterwegs zu uns gesichtet. Verteidigen Sie den ATT-E, bis Jedi Meister Secura eintrifft. Okay, zwei Minuten lang verteidigen. Ja, also ich lüge die Sliper, nicht immer so früh, wenn ich sie angekommen bin. Das ist so geil. Ja. Und weiter angreifen. Scheiße, den Kampfer geht aus. Volltreffer. Oh, da ist einer. Ähm, ja. Ah, 6 Sekunden. 6, 5, 4, 9, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1. ... ... ... ... Der war einfach... Langsam liegt schon, dass man hier immer noch ein paar... Okay, einmal kurz hier... Aufladen... Mensch, wo ist der? Ich sehe den nicht! Mensch, merkt man nicht rum. Ganz ehrlich. So, jetzt geht's wieder zurück zum ATT. Wir haben ja jetzt Energie zu müssen gesichert. Wir haben ja den ATT. Gute Arbeit! Der ATT wurde reaktiviert. Die KUS-Offensive geht vom Pilzbaum nach Süden aus. Rücken Sie zu Ihrer Operationsbasis vor und schalten Sie Ihre primären Verteidigungsgeschütze aus. Was soll ich kaputt machen? Wir schützen markieren! Jetzt ist es hier mal hergelegen. Kann ich schon. Okay. Ja, dann müssen wir schleunigen, dass die ganze Zeit nicht gleich wüssten. die KUS-Offensive schützen! Ja, den ist mit meiner Verteidigungsgeschütze aus. Ich frage mich, warum kommt eigentlich keiner meiner Verteidigungsgeschütze aus? Verdammt einfach! Ja, wir sind mitten in dem Bug, das ist jetzt super toll. Ja gut, jetzt ist das Teil voll, das sollte nicht passieren, wir sind hier nett nicht ausgeprägt. Jetzt müssen wir jetzt hier rutschwertern. Hallo, wir sind hier. Ja, bitte. Komm schon! Raphael! Okay! Gute Arbeit! Der Angriff der Separatisten auf Felusha wurde heftig zurückgeschlagen. Sie sind vor uns geflohen! Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder, ich weiß jetzt nicht genau, naja, ich weiß nicht was das für ein Part sein wird, aber naja, müssen wir mal gucken. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!